Tausende Fans des britischen Fußballvereins Leicester City haben dem verstorbenen Klubbesitzer Wichai Siwetanaprapa mit einem Gedenkmarschtribut gezollt. Wichai und vier andere Menschen waren am 27. Oktober bei einem Hubschrauberabsturz in unmittelbarer Nähe des King Power Stadions in Leicester ums Leben gekommen. Der Marsch fand unter dem Motto 5000 to 1 vor dem Premier League Spiel gegen den Fußballklub Burnley statt.